Wiesenputzen Die schlimmste Arbeit im März war für uns Kinder das Wiese-Botze, also Wiesenputzen. Wir freuten uns, wenn die letzten Reste von schmutzigem Schnee weggeschmolzen und die Sonne jeden Tag etwas wärmer schien. Doch wenn Mutter sagte, jetzt wird es bald Zeit zum Wiesenputzen, dann drückten wir uns in die Ecken und suchten uns möglichst unsichtbar zu machen. Aber meist half es nichts. Das arme Opfer war ein acht- bis zwölfjähriges Mädchen, stark genug, einen Drittel oder halben Eimer voll Steine ein Stückchen zu schleppen und sie in einem Loch oder einer Rille im Feldweg auszuleeren. Das wäre nicht einmal das Schlimmste gewesen. Nur vorher mussten die Steine in den Eimer gerafft werden. Wie oft musste man sich dafür bücken? Und wie kalt und schmutzig wurden dabei die Hände. Handschuhe? Welche Idee! Bei der Arbeit Handschuhe anziehen. Sie wären ja schmutzig geworden und ständig kaputt gewesen. Ich war sehr böse auf die Maulwürfe. Die vielen Maulwurfshaufen waren nämlich die Hauptlieferanten dieser verhassten Steinmengen. Manche Steine waren recht dünn und zogen sich über ein größeres Wiesenstück hin. Wenn Mutter mit dem Rechen die Erde eines Maulwurfhaufens auseinanderscharte und sie gleichmäßig und dünn in der Umgebung verteilte. Überall mussten an diesen Stellen Grashelmchen hervorschauen können. Wo die Erde zu dick aufeinander lag, verging das Gras und es erschienen später dort kahle Stellen. Das durfte nicht sein, denn es verminderte den Ertrag einer Wiese. Bei dem Auseinanderrechen der Erde bildeten nur die dickeren Steine kleine Häufchen. Sie konnten dann leicht mit zwei Händen in den Eimer gehoben werden. Nach den dünneren musste man sich einzeln bücken. Stunden und Stunden gingen das sofort. Auch in der größten Wiese entging keine unebene Stelle und kein Maulwurfshaufen Mutters scharfen Auge. Es durften keine Steine liegen bleiben. Steine machten beim Mähen die Sensen stumpf oder rissen Kerben in die Messer der Mähmaschine. Und dann mussten die Messer wieder früher geschliffen werden, als es eigentlich notwendig gewesen wäre. Und abends? Beim endlosen Drehen der Kurbeln am Schleifstein fielen einem die Augen fast zu. Das war auch keine verlockende Vorstellung. An stumpfen Sensen und Messerkerben wollten wir nicht schuld sein. Also wurden möglichst alle Steine eingesammelt. Aber ein Gutes war dabei. Die Wege wurden fast wie von selbst ausgebessert und die ausgewaschenen oder ausgefahrenen Rillen gefüllt. Wir mussten allerdings sorgsam darauf achten, dass keine Steinhaufen auf den Wegen liegen blieben. Die Steinchen und die daran haftende Erde verteilten wir auf die Spurrillen, ebneten sie ein, indem wir sie mit den Schuhen auseinanderscharrten und traten sie noch ein bisschen fest. Denn die Wege wurden von der Gemeinde an Leute verpachtet, die zu wenig Futter für ihr Vieh hatten und deshalb an Wegen und reinen Gras und Kräuter suchen mussten. Manche dieser Leute zogen zu Krauden, zum Futtersuchen mit ihrem Kuhwagen oder, wenn sie nur ein paar Ziegen besaßen, mit ihren Handwagen bis in den Hochwald. Dort gab es in vielen Schneisen schöne zusammenhängende Grasflächen. Im späten Herbst oder im Frühjahr holten sie auch Strassel, also Streu, in den Wäldern. Dazu geeigneten sich trockenes Farnkraut, trockene Blätter von Waldbäumen oder trockenes Heidekraut. Zum Mähen des Farnkrautes und des Heidekrauts gab es besondere Strasselsensen, also Streusensen. Diese waren kürzer und dicker als Sensen für Gras oder Getreide. Manche Leute dichteten im Winter mit vielen Bündeln von Farnkraut hinter einem leichten Lattengerüst auch das Scheunentor von innen gegen Kälte ab. Sie legten auch Farnkrautbündel an die zugängsten Stellen von Stalltüren und Stallfenstern und verstopften damit ebenfalls den ganzen Sommer über offenen Kellerlogen.